hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bad wars mit mir den torben und mit dabei ist der torben stinkt nach fisch aber richtig das wird er jetzt beichten ja ok wir haben gerade eine richtig schöne folge gespielt und wir dachten nicht nur eine richtig schöne es war die folge es lief alles richtig gut werden ein traumhaftes team mindestens so gut wie bad wars part 2 wir hatten ein traumhaftes und ich muss eins sagen torben hat werbung gemacht jetzt kommt das ist eine lüge toby hat werbung gemacht wie immer what the fuck man tasten wo wie toby hat nur hin dezente hinweise und ähm ja das tut mir jetzt leid für das team weil es war richtig schön in der aufnahme drin und das gold sorry 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 aber ich kann ja jetzt schon mal das geld gold aber ich kann ja jetzt vielleicht einmal erwähnen weil ich scrolle gleich dann einfach ganz kurz hier hoch ja ich rasch dann mal dieses team hat einfach auf unser bett auf wir sind nur zu zweit da stehe bewusst ich habe mir jetzt erstmal bockeln könnt ja dann benutzt ihn auch wenn einer gleich kommt so ich habe das erste bett gar kein problem dies getwreckt ja die töten mich jetzt hier noch mit der dummen hand kein problem ja ich werde das team jetzt einmal ganz kurz erwähnen hier hier gut man sieht doch da zu beispiel rollpart nanan 13 und noch irgendeine person leider aber die finde ich nicht mehr oder ja doch ist doch eine person finde ich nicht mehr aber die soll sich auch bitte geehrt fühlen weil es war echt ein mega cooles team haben alle richtig gut am sieg mitgearbeitet weil vor allem werden so eine teamkiste und die war immer direkt voll und das war das war so ein traum und er hat einfach immer die teamkiste aufgefüllt der typ war so korrekt dann die anderen haben die base gedrefft während torben und ich alles gerusht haben und boah das hat richtig spaß gemacht also es war eine rundum perfekte folge ne torben tatsächlich war es das ja aber tobi hat viel gegessen und das wirkt unprofessionell deswegen haben wir ein salami brot gekönnt und eine milch nicht mehr und die ist jetzt weg und deswegen kann er jetzt nicht mehr essen so ich habe auch einen bogen anstatt man alle wie ich ihn nicht treffe ich bin so dumm aber wir haben jetzt ja und ein full equip des gelbes ja ich komme auch habe jedoch keine schwerter sondern nur eine holz pickbote wie du dem die combo gibt und dann dachte ich ich hätte ihn noch getötet aber leider hast du ihn getötet ich renne mal zu teamlau mach du einfach dein ding ja aber ich habe einen bogen und die nicht und dann ficken ich habe nur überlegt und dann können die mich mal im arsch lecken weil teamgrün ist alleine ich lass teamgrün in ruhe ja lass teamgrün in ruhe ne warte halt erstmal kurz die mitte wenn du so glücklich wärst das ist eh nur noch einer bei teamrot ich habe nur ein bisschen angst das ist dieser möchte gern youtuber welcher möchte gern youtuber denn der hat am anfang werbung gemacht so richtig unprofessionell ne das warst du du vertust dich da ein bisschen okay erste von team blau tot den zweiten wo ist denn hier das bett auf dem das habe ich schon abgebaut von teamrot aber es wäre oben auf den unter dem baum da muss man sich deswegen ich mag die map hier macht das bett abbauen ist es nicht so schwer wenn man einen bogen hat weil dann kann man sich einfach hoch bauen ja und weil und das bett ist dann ja auch noch oben das ist das tollste ja und ich meine du hast dann endlich gewonnen ja ist auch so torben also in der mitte liegt 16 gold habe spaß damit will ich sagen hier suchte in einen blauen gerade damit er uns nachher nicht von hinten russchen kann wenn wir grün machen und tatsächlich grün machen ja wenn wir grün kaputt machen ist halt auch müssen wir auch machen so leid es mir tut dass er nur ein spieler ist aber ich liebe grün was grün hat einen bogen ja wie woher hat grün denn bitte einen bogen das verstehe ich absolut nicht ach so ja das kann sein stimmt wir hatten die ja nicht die ganze spielzeit lang fünf minuten leute die runde gerade ging 22 wo ist denn der grüne in seiner base hat ordentlich kassiert ja aber ich warte ja noch auf dich ne ich wusste nicht dass er ein bogen hat solchen ich wollen jetzt volles equipe perfekt ich bin auch weiter ist unterstrich unterstrich ist nun offline wer auch immer das ist ja wir müssen echt mal wir müssen uns echt mal wieder also wir sind gerade dabei in ts uns zu besorgen und dann wird endlich der community haben stattfind 2.0 den wir schon so lange angekündigt haben und wo ich auch mega bock drauf habe weil wir jetzt einfach die letzte reise der letzte war als wir 1.000 abonnenten hatten und jetzt sind wir einfach dreimal so viele fast vier mal so viele leute und ich habe einfach mega bock darauf ja der hat auch keine 500 slots quasi ich weiß nicht wie ich gerade auf 500 gekommen bin ich meine natürlich 4000 wo bist du gerade in der mitte weißt du worauf ich mega ja du hast eine rettungsplattform ich habe doch gesehen und ja jetzt wollte ich irgendwas sagen was ich vergessen habe ja warte ich muss dir vollschutz geben bald sind wir schon wenn ihr so weitermacht sind wir bald schon verkackte 5000 leute das heißt wir können das heißt wir können videos bringen so viele ihr wollt also nicht immer aber mal oft fick dich nicolas grün bett oder typ ok bett und wahrscheinlich kriegst du noch den typen dazu ich werde fast runtergefahren ja das ist richtig ok den fick ich tschüss ja so toby geht ans telefon und ich mache jetzt noch eine richtig schöne verabschiedung denn ja es war eine schöne runde zehn minuten liegen jetzt sieben minuten 30 oder so ich labe jetzt noch einfach zweieinhalb minuten nein werde ich nicht tun ich werde euch jetzt verabschieden so wie ihr es so wie es euch gebührt also mit dem community abend 2.0 das regeln wir ihr könnt euch darauf freuen es wird auf jeden fall bald einer stattfinden und ja wenn ihr sonst wenn ihr sonst nichts mehr verpassen wollt könnt ihr gerne abonnieren und ja ihr seid herzlich dazu eingeladen auch alle anderen links in unserer website auszuchecken also unsere website unser twitter und so weiter und so fort unsere website wird aber gerade geupdatet das heißt die ist im moment nicht so toll aber die mache ich gerade besser ja und ja also falls ihr bock habt checkt das alles aus abonniert uns like dieses video wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder hot herein und ciao